Was ist denn weg mit dir? 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 Oh 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 So Ja Zum Glück haben wir hier Fernkämpfer die auf uns zuhören Weil sie meinen sie werden zum Nahkampf gefaxten aber sind's nicht Und noch ein Scroll of Identify Aber ja Aber die Kerle kann ich mich irgendwie nicht so wirklich erinnern Und die waren es auch nicht die Mana abgesaugt haben Wahrscheinlich war da in der Tour eine Manafalle drin Die wahrscheinlich auch mit Hellfire neu reingekommen sind Was ist denn weg mit dir? 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 Äh... Posch nur viel, lieber Ok Oh 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 Das soll wirklich das Hirn machenlich zu tolles Geräuschen Ja So Mal wieder safen Okay, der Ecke ist nichts gewesen. Hier drüben haben wir auch alles, soweit ich weiß. Hier eigentlich... Ah, da ist noch eine Kiste. Hier ist ein Weg rüber, zum Glück. Also ja, es ist echt doof, dass... Ja, nichts wertvolles drin ist. Dass die Lava nicht auf der Map eingezeichnet wird. Ich meine, wenn man blau auf der Map einzeichnen kann, kann man auch irgendwie orange oder gelb auf der Map einzeichnen. Oder es einfach grau lassen. Du Kumpel, du bist ein bisschen arg schnell gestorben. Ich hab mal zum Verhungern da drin gelassen. So, da wäre der Weg weiter runter. Wir sind hier aber ja noch nicht ganz fertig. Also ja, Blitzangriffe sind... Hier haben wir eins noch mal anjärzt so schlimm wie im zweiten Teil. Ach, Large Shield. Auch gut, haben wir was, was wir loswerden können? Wir werden es wieder hochporten. Aber ja, das war's auch mit der Ebene. Ging ja relativ schnell. Oh, hi. Irgendwie gleich ein Begrüßungskomitee hier. Gucken wir uns erst mal kurz. Da geht's sogar weiter. Oh, nee, halt, das sieht so aus, als ob da nur eine kleine E-Shirt wäre. Nee, hier scheint es doch weiter zu gehen. Vorerst Charger versteckt er sich da. So, aber hier ist nichts. So, dann können wir erst mal das Brain bei Pepin abliefern. Aha, Spektual-Elixir. Irgendwie was zu sagen. Irgendwie was zu sagen. Wow, what can I do for you? Hello, my friend. Stay a while and listen. Ah, erst mal das Shit. Hello, my friend. Stay a while and listen. Wow, what can I do for you? Ja, das Shit verkaufen. Ah. Dich mal reparieren. Und ja gut, Scroll of Identifies können wir mal rausschmeißen. So, die können wir verkaufen. Das können wir verkaufen. Äh, ein Heidrank auch wieder einzacken. So. Jetzt bringst du mir das Elixir von der Healer? Oh, ich konnte meine Brüche ohne es enden. Warum nicht du einfach... Genau, jetzt haben wir das Spektral-Elixir. Was macht das nochmal genau? Ah ja, erhöht bestimmte Sachen um drei. Praktisch. I sense a soul in search of answers. So. 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 Haben wir alles verkauft? Ja, haben wir. Das heißt noch diesen Goldhaufen zum restlichen Gold werfen. So. 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 Und dann können wir hier unten weitermachen. Und noch eine Healing Potion. Und der Weg zu Level 12 runter. Ah, praktisch. Au, au, au. Ja, ich habe gemerkt. Ihr tut weh. Hey, Overdots. Oh, jetzt soll ich verstehen, ist nicht gut. Single-Fair, ist doch schlecht. Irgendwo muss ich jetzt dann nochmal drücken, ich denke. Wo können wir hier unten an. So. 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 Wie schnell sich das Blatt doch wendet. Vor allem bei dem, was ich gerade getötet habe, sollte ich mal zwischendurch speichern. So, nur kann ich die wegstoßen. Ja, die auf der Seite nerven. Wollen wir uns erst mal woanders um. Lung Po. Geld. Ja, komm her. Im Nachkampf kannst du zum Beispiel nicht ganz so viel. Ja, ich seh hier, ihr könnt Türen öffnen. Am Ende ist schon wieder so einer. So, mehr Säure. Hier ist schon einiges. Au, au. Ich dachte, sie wäre weg. Ticken wir uns mal lieber hier mit Potions ein. Sicher ist sicher. Die Bogen identifizieren. Hallo, mein Freund. Bleib ein bisschen und hör. Wow, was kann ich für dich tun? So. Also ja, dieses Säure spuckenden Vieh. Nicht, ja, sind so das Hauptproblem. Vor allem, wenn es viele sind, die ziemlich viel auf mich schießen. Wie das vorhin der Fall ja war. Ach, da sind sie schon wieder. Die ganze Säure schränkt die Bewegungsfreiheit übelst ein. Wo habe ich jetzt die Portion hingeschmissen? Oh, da sind sie schon wieder. Oh, da bin ich keine Säure. 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 Oh, da bin ich nicht gut. Was, das ist ein Ring? Nein, ein Amulett. Hitpoints, okay.